Boah, das ist mein Ex, Freundin. Was machen die denn hier? Willst du was trinken? Ja, aber irgendwie geht mal in die Bar. Ey, was machst du mit meinen Ex, Freundin hier? Sag mal, spinnst du? Boah, den nervt. Beruhig dich doch jetzt ein bisschen. Willst du mit mir was trinken hier? Klar, ich gerne.